In den vorhergehenden Videos habe ich euch erläutert, was es mit Differenzerfahrung auf sich hat und dass Artefakte bei der Differenzerfahrung eine ganz große Rolle spielen. Zum Beispiel als Instrumente oder aber auch in Formalismen spielen natürlich Artefakte eine ganz große Rolle. Jetzt soll es in diesem Video noch um einen speziellen, sehr wichtigen, für uns in der Ergonomie später sehr wichtigen Aspekt von Artefakten beim Denken gehen, nämlich um Artefakte als externes Gedächtnis. Klingt so ein bisschen nach Science Fiction, externes Gedächtnis. Was soll das denn bedeuten? Was kann man denn damit meinen? Beginnen wir mal mit etwas ganz Altem. Wieder mal ein Ausschnitt aus dem Buch von dem Herrn Ifra, die Universalgeschichte der Zahl. Und es geht hier in dieser Geschichte um Schafe. Hammel steht hier in der Geschichte. Ich lese mal vor. So hat er eines Tages eine Idee. Er setzt sich in den Eingang seiner Höhle und lässt seine Hammel einen nach dem anderen hinein. Jedes Mal, wenn ein Hammel an ihm vorbeikommt, macht er eine Kerbe in einen Wolfsknochen. Er hat also irgendeinen Knochen da und dann was zum Ritzen. Ja, gut. Auf diese Weise hat er mit dem Durchgang des letzten Tieres genau 55 Kerben geschnitzt. Aber auch jetzt, er weiß ja nicht, dass es 55 sind. Nun liegt er jeden Abend, wenn seine Hammel wie immer einer nach dem anderen zurückkommen, jedes Mal den Finger in eine Kerbe von einem Ende des Knochens bis zum anderen. So kann er die so ablaufen, eins nach dem anderen. Und wenn sein Finger bei der letzten Kerbe angekommen ist, ist unser Hirte beruhigt, denn nun sind alle seine Hammel in Sicherheit. Ja, was haben wir hier gemacht? Was ist hier passiert? Hier ist dieser Wolfsknochen ins Spiel gekommen und irgendwie ein Instrument offensichtlich, ein Werkzeug, mit dem man diesen Wolfsknochen bearbeiten kann. Was zum Einritzen. Dieser Wolfsknochen, der ist etwas, was wir heute ein Medium nennen würden. Ich habe jetzt auf einmal ein Aufzeichnungsmedium. Ich habe die Anzahl der Schafe aufgezeichnet und zwar im Prozess des Zählens der Schafe oder des Ablaufens der Schafe habe ich die aufgezeichnet. Das hat eine ganze Menge an Potenzialen, dass ich jetzt auf einmal so ein Medium herhabe. Ich habe nämlich drei Unabhängigkeiten gewonnen. Wenn ich kein Medium habe, dann kann ich vielleicht auch feststellen, jetzt nehmen wir mal an, wir könnten zählen. Ich könnte dann auch feststellen, dass es 55 sind, indem ich die einfach so aneinander da vorbeilaufen lasse und ich zähle bis 55. Zum einen haben wir die Gefahr, dass man sich leicht verzählen dabei. Aber selbst wenn wir mal annehmen, wir verzählen uns gar nicht, sondern tatsächlich klappt, das sind 55. Dann habe ich zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich wieder zählen will, muss ich mir diese 55 gemerkt haben. Und wir hatten ja vorhin bei dem Wittgenstein schon das Beispiel. Also kann ich mich darauf verlassen, dass das, was ich mir gemerkt habe, auch stimmt. Es wäre doch besser, ich hätte mir die 55 irgendwie aufgeschrieben. Und das hat man hier mit dem Wolfsknochen ja quasi gemacht. Das heißt, ich kann zu einem späteren Zeitpunkt, zu einer anderen Zeit, mich wieder auf diese 55 beziehen. Man ist also unabhängig geworden vom Zeitpunkt. Ich muss das auch nicht an der gleichen Stelle machen. Ich kann es an einem ganz anderen Ort machen. Ich bin also auch unabhängig vom Ort. Wenn ich etwas aufzeichne in den Wolfsknochen und habe damit ein Medium, das Medium selbst ist mobil, dann kann ich dieses mobile Medium wie den Wolfsknochen an einem anderen Ort verwenden, um die Schafe wieder zu zählen. Ich könnte es auch zum Beispiel dafür verwenden, um zu zählen, ob die andere Schafsherde vielleicht größer ist als meine. Und wenn der Schäfer mal krank sein sollte zum Beispiel, könnte er seinem Assistenten oder einem anderen Schäfer seinen Wolfsknochen geben. Und auch der könnte die Schafe zählen und gucken, ob alle Schafe da sind. Auch eine andere Person kann also sich auf dieses Medium, also auf diese Zahl, die in dem Medium dann da ja aufgeschrieben ist, beziehen. Das heißt, durch Medien haben wir Zeitunabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit und Personenunabhängigkeit gewonnen. Und das gilt für grundsätzlich mal alle Medien, manchmal ist es ein bisschen schwierig mit der Ortsunabhängigkeit. Wenn man zum Beispiel mal an Tafeln in der Schule denkt, diese alten Kreidetafeln, da ist die Ortsunabhängigkeit natürlich nicht so wahnsinnig gegeben, denn die sind ja eingebaut in die Schule und die kann man nicht mal eben so einfach mitnehmen. Aber trotz alledem dient auch eine Kreidetafel dazu, dass ich zu einem anderen Zeitpunkt mich darauf beziehen kann. Ich kann mich zum Beispiel am Anfang der Stunde schon etwas aufschreiben und am Ende der gleichen Schulstunde mich darauf beziehen und auch, dass eine andere Person das tut. Der eine Schüler schreibt was auf und der andere bezieht sich drauf. Der Lehrer schreibt was auf und der Schüler bezieht sich drauf. Oder wie auch immer. Also diese drei Unabhängigkeiten gibt es in verschiedenen Graden immer. Wir haben jetzt also hier ein Artefakt, dieses, ja, dieser Knochen, dieser Wolfsknochen und der dient uns als Externalisierung des Gedächtnisses. Es muss sich keiner mehr das merken und durch die Externalisierung bin ich zeits- und orts- und personenunabhängig. Artefakte als externes Gedächtnis gibt es eigentlich schon sehr lange in der Menschheitsgeschichte. Eigentlich auch länger, als man eigentlich so von Medien sprechen würde. Nämlich schon zum Beispiel dadurch, dass Menschen ja schon seit jeher Werkzeuge benutzt haben. Und Werkzeuge benutzen auch Tiere. Ihr habt vielleicht mal irgendwelche Dokus gesehen, wo Tiere sich Steine nehmen und die Steine dann auf irgendwas fallen lassen oder mit einem Stein irgendwo gegenschlagen, um was aufzumachen. Das heißt, auch diese Tiere benutzen ja dann in gewisser Weise Werkzeuge. Aber was für den Menschen eigen ist, ist, dass er diese Werkzeuge aufhebt. Und dadurch, dass er sie aufhebt, stehen sie ihm zur Differenzerfahrung immer zur Verfügung. Das heißt, man kann dann ein Werkzeug bauen, was genauso gut ist oder man kann ein zweites Werkzeug bauen und gucken, ob das erste Werkzeug, das neue Werkzeug besser ist als das vorherige Werkzeug. Das heißt, das Aufheben des Werkzeuges an sich hat schon eine gewisse Medienfunktion. Es ist ein externes Gedächtnis für die nächste Generation an Werkzeugen. Interessant wird das Ganze, wenn wir über das Werkzeug hinausgehen und sagen, wir haben Artefakte, die eigentlich nur dazu dienen, uns etwas zu merken. Also die nur einem externen Gedächtnis dienen. Was können das für Artefakte sein? Solche hier zum Beispiel. Das Einfachste sehen wir in der Mitte. Und das ist auch wirklich so der Klassiker. Knoten im Taschentuch. Dadurch, dass ich den Knoten in das Taschentuch mache, wird das Taschentuch zu einem externen Gedächtnis. Denn ich kann zu einem späteren Zeitpunkt und eventuell an einem ganz anderen Ort mich darauf beziehen, dass ich mir offensichtlich etwas merken wollte. Ich habe also etwas über die Zeit gerettet. Die Personenunabhängigkeit ist bei dem Knoten im Taschentuch so ein bisschen so eine Sache. Also entweder müsste ich mich mit vielen Leuten absprechen und sagen, wisst ihr was, wenn bei mir ein Knoten im Taschentuch ist, dann bedeutet das immer, dass ich nicht genügend Kaffee getrunken habe. Das ist ja völlig egal. Aber dass man sich abspricht, was das bedeutet. Ansonsten ist die Personenunterbildlichkeit natürlich schwierig bei dem Knoten im Taschentuch. Denn was der Knoten bedeutet, weiß natürlich im Zweifelsfall nur derjenige, der den Knoten da hineingemacht hat. Was für andere Mittel gibt es hier, also was für andere Artefakte als externes Gedächtnis gibt es hier? Unten abgebildet ist ein Buch. Klar, in ein Buch kann ich etwas hineinschreiben. Und ich habe das hineingeschrieben. In der Regel, damit ich es zu einem späteren Zeitpunkt wieder lesen kann, im Zweifelsfall auch an einem anderen Ort wieder lesen kann, oder auch, wenn wir zum Beispiel hier Bücher aufschreiben oder etwas in Folien schreiben, damit eine andere Person das lesen kann. Darum geht es ja. Ich schreibe ja etwas auf, nicht nur damit ich das hinterher wieder lesen kann, sondern auch damit ihr das alle lesen könnt. Das ist ja das Wichtige. Auf der rechten Seite Musikkassette. Auf der Musikkassette wird auch etwas aufgezeichnet, und zwar die Stimme oder Musik halt. Aber nehmen wir mal an, es spricht jemand einfach da drauf. Und auch da habe ich alle drei Unabhängigkeiten wieder. Ich kann die zu einem späteren Zeitpunkt hören, an einem anderen Ort hören, und andere Leute können diese Musikkassette hören und tun das meistens auch. Darum geht es eigentlich ja bei der Musikkassette, dass man genau diese drei Unabhängigkeiten hat. Also alles, was man irgendwie so Medien nennen könnte. Und es geht immer darum, dass etwas aufgezeichnet wird, oder wir sagen auch eingeschrieben wird. Wir reden von Einschreibmedien. Das stimmt vor allen Dingen, sagen wir mal, bei der Schallplatte besonders gut, weil da wirklich was reingeritzt wird. Aber es wird sonst auch was hineingeschrieben oder draufgeschrieben. Wir reden allgemein von Einschreibmedien. Die Semantik der Spuren ist relativ zum Kontext gegeben, steht da. Was bedeutet das? Ich habe es eben bei dem Taschentuch schon angedeutet. Und was das bedeutet, was da drin ist, dieser Knoten, erschließt sich nur in einem bestimmten Kontext, also im Zweifelsfalle dem Kontext der eingeweihten Personen. Das gilt für alle Medien. Wenn ich hier in ein Buch etwas hineinschreibe mit Begrifflichkeiten, die nur ich kenne, dann erschließt sich diese Bedeutung euch auch nicht. Wieso kann ich Bücher schreiben, die ihr trotzdem versteht, wenn ihr sie aufmerksam lest? Das liegt daran, dass wir einen gemeinsamen Kontext haben. Wir sind nämlich alle zusammen, nein, nicht zusammen, wir sind alle in der Schule gewesen. Und in der Schule haben wir einen ganz großen gemeinsamen Kontext erlernt. Wir leben auch alle in einer gemeinsamen Welt und haben dadurch sehr viel gemeinsamen Kontext. Und diesen gemeinsamen Kontext braucht es, dass ihr in Büchern was verstehen könnt, wenn dort etwas steht, oder dass ihr auch verstehen könnt, was ich euch sage. Ihr müsst nämlich die Sprache verstehen und ihr müsst auch Begrifflichkeiten ausdrucksweisen, die vielleicht in der Universität üblich sind oder in der Informatik üblich sind, verstehen, um zu verstehen, was ich eigentlich sage. Ja, diese drei externen Gedächtnisse sind ganz eindeutig. Kann denn auch unsere Kastanie vom letzten Mal ein externes Gedächtnis sein? Ja, kann sie. Wir hatten schon beim letzten Mal die Unterscheidung gehabt. Die erste Frage, kann die Kastanie der Differenzerfahrung dienen? Also ist die Kastanie auf der Rückseite blau, dann ist die Kastanie ein Gegenstand, aber kein Artefakt. Weil jeden Gegenstand, den ich irgendwie draußen finde, der irgendwie in der Natur entsteht, den kann ich natürlich zum Gegenstand der Differenzerfahrung machen. Mache ich mir ein Schmuckstück aus den Kastanien, dann dient das Schmuckstück einen Zweck. Erheiterung oder Freude oder was immer dieser Zweck dann ist. Man muss ihn auch nicht genau beschreiben können, aber er ist auf jeden Fall künstlich in eine bestimmte Situation gebracht worden, der Gegenstand, diese Kastanie hier in einer Kette oder so. Und damit habe ich daraus ein Artefakt gemacht. Kann die Kastanie jetzt ein externes Gedächtnis sein? Ja, zum Beispiel in dem hier angegebenen Falle. Ich lege mir die Kastanie hier auf den Tisch, um mir zu merken, dass ich den Laub vom Kastanienbaum wegmachen muss. Dann ist die Kastanie ein externes Gedächtnis, eine Stütze, eine Gedächtnisstütze. Wir werden später bei, wenn wir über Icons mal sprechen, sogar noch darauf hinweisen, wir würden hier sogar sagen, es ist sogar eine bildhafte Gedächtnisstütze. Also es hat einen Vorteil, dass ich eine Kastanie nehme und die Kastanie hier hinlege, um zu sagen, mach das Laub vom Kastanienbaum weg, als wenn ich einen Knoten ins Taschentuch mache. Einfach, weil die Kastanie das Potenzial viel eher hat, einen an den Kastanienbaum zu erinnern. Aber da kommen wir erst später dazu. Auf jeden Fall ist die Kastanie in diesem Zusammenhang ein Artefakt und auch ein externes Gedächtnis. Diese ganze Sache hier mit den Medien und den externen Gedächtnissen, das hat ja ganz viel mit Schreiben zu tun und auch mit Rechnen. Also auch Rechnen hat ja viel mit Schreiben zu tun, denn man muss es ja aufschreiben. Rechnen im Kopf ist ja ziemlich eingeschränkt. Wo kommt das alles her? Rechnen, Schreiben. Wie hat sich das historisch entwickelt? Da müssen wir ganz, ganz, ganz weit zurückgehen, nämlich 12.000 Jahre, zu der Zeit, in der die ersten Menschen sesshaft wurden. Also nicht mehr als Nomaden durch die Gegend zogen, sondern sich in Dörfern organisiert haben, Ackerbau betrieben haben und so weiter. Und das ist passiert hier in dieser Region, die nennt man den fruchtbaren Halbmond. Das ist eine Region, die heute ziemlich krisengeschüttelt ist, wenn ihr mal da guckt. Also Syrien ist da drin, Teile des Iraks sind da drin, ein bisschen bis in den Iran geht das hinein. Das ist eine etwas schwierige Situation in der heutigen Welt. Aber das ist so die Wiege der Kultur dort, wenn man mal Schreiben und Rechnen so als eine der Hauptkulturellen Erfindungen ansehen möchte. Also die Menschen werden sesshaft. Was müssen sie dann machen? Nicht mehr jeder ist dafür verantwortlich, sich seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, in dem Sinne, dass er irgendwo jagen geht oder sowas. Sondern die Leute sind sesshaft und spezialisieren sich natürlich. Es gibt Dorfgemeinschaften, es gibt da drin Leute, die sind spezialisiert auf bestimmte Dinge. Einige machen Nahrungsmittelproduktion, andere handeln mit diesen Nahrungsmitteln. Dann entwickelt sich das weiter. Irgendwann gibt es Leute, die verwalten den Handel mit den Nahrungsmitteln. Das heißt, die machen das gar nicht mehr so direkt, sondern die machen quasi einen Bürokratiejob, einen Bürojob. Es gibt Leute, die müssen irgendwie verwalten. Wer ist eigentlich mehr mehr in der Stadt? Irgendwelche Leute müssen vielleicht mal Steuern einnehmen, weil die Stadt muss irgendwie verwaltet werden und sowas. Also dadurch, dass die Leute sesshaft werden, entwickelt sich die Notwendigkeit für viele Verwaltungstätigkeiten. Und mit Verwaltungstätigkeiten geht einher, dass man was aufschreiben muss und dass man was berechnen muss. Sonst, wenn man so ganz für sich alleine lebt und vielleicht nur irgendwie alle Jubeljahre mal jemandem begegnet oder in kleinen Gruppen unterwegs ist, braucht man das nicht. Aber in dieser Situation braucht man das. Und daraus entwickelt sich dann die Schrift oder auch die Zahlenschrift. Die frühesten Zählzeichen, die man so kennt, sieht man hier auf diesem Bild. Das ist eine Tonkugel. Und die ist aus der Gegend, aus Uruk. Das sieht man hier, das ist im Irak, im heutigen. Da hat man das gefunden. Und das sind die ersten, zumindest heute bekannten, Zahlzeichen. Wie funktioniert das? Wo sind denn eigentlich hier die Zahlen? Die Zahlen liegen in dem Bild unten, nämlich diese kleinen Steinchen. Und dann hat man sich das einfach gemacht. Jetzt nehmen wir mal einfach an, es geht um eine Schafsherde. Wir hatten ja eben schon mal eine Schafsherde. Nehmen wir mal an, wir wollen eine Schafsherde irgendwie verschicken. Aus dem einen Dorf soll die Schafsherde in das andere Dorf gebracht werden. Dann muss ein Schäfer mit der Schafsherde durch die Gegend laufen und die dann da abgeben. Ja, wie kriege ich denn jetzt sichergestellt, dass wenn ich zum Beispiel 20 Schafe losschicke, am Ende auch 20 Schafe ankommen und nicht der Schäfer, der unterwegs, unterwegs ist mit den Schafen, sich dann sagt, ach, so ein Schaf, das nehme ich zu meiner Sammlung quasi mit dazu. Wie kann man das verhindern? Man bräuchte eine Art Lieferschein. Man muss dem Schäfer etwas mitgeben, was der am Ziel abgibt, wo drin steht, wie viele Schafe das denn eigentlich sind. Ja, und die einfachste Variante ist, ich gebe dem 20 Steinchen mit und die 20 Steinchen stehen für 20 Schafe und dann kann ja derjenige am Zielort gucken, ob es 20 Steine sind und dann weiß der, wie viele Schafe das denn da sind. Dann sagt er jetzt natürlich, ja, das ist ja, das funktioniert doch gar nicht. Dann nehme ich doch einfach auch ein Steinchen mit weg. Ich nehme also einen Stein weg und ein Schaf weg und dann denkt er am Ziel, ach, sind 19 Schafe, sind auch 19 Steine da, alles gut. Deswegen haben die sich was ausgedacht und haben diese kleinen Steinchen, die man da sieht, in so eine Kugel hineingetan da oben. Die ist innen drin hohl, das ist also kein fester Körper, sondern innen drin hohl, wie so ein Osterhase quasi, so ein bisschen härter natürlich. Und da hat man diese Steine reingetan und dann hat man sich noch was ausgedacht, damit diese Kugel nicht einfach mal eben so geöffnet wird und Stein rausgenommen und dann wieder zugemacht wird, was ja relativ einfach ging, das sind nämlich Lehmkugeln, hat man sich ein Siegel ausgedacht und das sieht man da auch schön. Das heißt, diese Kugel, die ist nicht einfach nur mit der Hand so rund geformt, sondern ihr seht ja, da ist so ein richtiges Bild drin. Das hat man dadurch da reingemacht, dass man diese Kugel an etwas entlang gezogen hat. Ähnlich wie so ein Siegel, was man kennt heute. Das hat man da gemacht. Also eine frühe Idee, das, sagen wir mal, fälschungserschwerend zu machen. Ja, und dann hat der Schäfer, ist halt losgegangen und hat diese Kugel mitgenommen mit den 20 Steinen drin und hat die scharfe und diese Kugel abgeliefert. Das ist die einfachste Methode von so einem einfachen Lieferschein. Ihr seht unten, da gibt es nicht nur kleine Steine, da gibt es auch größere Steine. Ja, das liegt nahe. Denn wenn ich zum Beispiel 500 von irgendetwas mitgeben möchte oder 520, ja, da kann ich doch nicht 520 kleine Steinchen von irgendetwas da rein tun und können dann sagen, es sind jetzt hier 520 Vasen, Karaffen oder sowas geliefert worden. Das ist doch nicht sinnvoll. Ich muss dann mir irgendwas ausdenken. Dann nehme ich doch zum Beispiel mal fünf große Steine und 20 kleine Steine. So war es nicht. Die Zahlensysteme waren andere, aber das wäre immer eine Möglichkeit. Fünf große Steine, 20 kleine Steine für 520 Vasen. Dann komme ich mit erheblich weniger Aufwand aus, als dass ich irgendwie so viele kleine Steinchen haben müsste. Die müssten ja auch immer noch sehr kompliziert gezählt werden dann auf beiden Seiten. Das ist so der Anfang der Zählkultur. Das Ganze hat sich natürlich weiterentwickelt. Wenn wir uns zum Beispiel das angucken, was hier auf der linken Seite zu sehen ist, das ist eine Schrifttafel. Steht auch drunter, 2500 vor Christus. Und auch das ist so eine Art, naja, Lieferschein. Eigentlich ist es so ein Lagerreport. Steht unten drunter, Summary Account of Silver for the Governor. Also da ist so ein Lagerstand, der da aufgeschrieben wurde. Ja, das ist schon erheblich komplizierter, wenn ihr mal seht, was da so drauf ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Zeichen, die sich ausgedacht wurden. Zahlzeichen, Schriftzeichen. Man muss also aufschreiben, um was handelt es sich eigentlich und wie viel von was ist das eigentlich. Schon recht kompliziert. Ist aber natürlich ja auch schon ein paar Jahrtausende später. Und auf der rechten Seite, das ist auch eine ganz typische Art, etwas aufzuschreiben. Ein Kerbholz. Man kennt das heute noch, diesen Ausdruck, jemand hat was auf dem Kerbholz. Und es gibt manchmal auch Kneipen, die haben solche Kerbholzer. Weil ein Kerbholz ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich in der Kneipe sage, ein Deckel. Ich gehe in die Kneipe und ich habe gar nicht genügend Geld dabei. Dann kann ich sagen, wenn ich den Kneipier gut kenne, dann sage ich dem, schreibe das auf den Deckel und dann hat er für mich einen Bierdeckel. Da steht irgendwie mein Name drauf und da macht er ein paar Striche drauf. Dann weiß der, irgendwann muss er bei mir mal Schulden eintreiben. und meine ganzen getrunkenen Bierchen eintreiben. Und genau so funktioniert so ein Kerbholz. Dieses Kerbholz hier ist aus dem Mittelalter, aber Kerbholzer wurden schon viel länger benutzt. Der Nachteil an Kerbholzern ist natürlich, dass sie nicht so gut erhalten sind in der heutigen Zeit. Klar, so eine Steintafel, wenn die nicht jemand zerschlägt, dann bleibt die erhalten. So ein Stück Holz, das ist wahrscheinlich heute nicht mehr da. Und deswegen sind die Kerbholzer, die man heute findet, nicht so ganz alt. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass solche Kerbholzer schon sehr lange verwendet wurden. Auch das Beispiel mit dem Schäfer am Anfang, der mit seinen 55 Hammeln, der hatte ja da einen Knochen und hat in der Knochen reingeritzt. Das ist eigentlich genau das gleiche System, wie hier auf dem Kerbholz. Ja, es hat sich weiterentwickelt. Hier haben wir jetzt Aufzeichnungen von Zahlen. Wir haben so Lieferscheine. Wir haben, wie kann man, was könnte man da noch sagen? Report für Steuern oder sowas. Also Schrifttum im Prinzip haben wir hier. Und mit dem einherging natürlich, dass man auch rechnen können muss. Und Rechnen hat sich natürlich parallel dazu dann auch entwickelt. Lange Zeit gab es diese Rechentechniken hier. Auf der linken Seite seht ihr eine Darstellung des Rechnens auf einem sogenannten Rechentisch oder Rechenbrett. Und auf diesem Rechenbrett kann man alles Mögliche ausrechnen. Ich gebe euch mal in dem Zusatzmaterial, also in Beschreibung zu dem Video, einen Link zu einem Video von Harald Selke, meinem Kollegen Harald Selke. Der hat nämlich dieses Semester in der Veranstaltung Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler zwei kleine Videos produziert, wo er mal zeigt, wie man eigentlich mit so einem Rechentisch und mit einem Abakus rechnet. Dann könnt ihr das mal, wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr euch das angucken, könnt ihr das nachvollziehen, wie man da wohl rechnet. Abakus und Rechentisch sind sich zum Rechnen eigentlich ziemlich ähnlich. Gucken wir uns mal den Abakus auf der rechten Seite an. So etwas Ähnliches habt ihr vielleicht mal als Kind gehabt. So Kinderrechenmaschinen werden gerne mal so ähnlich aufgebaut. Ein Abakus ist heute noch relativ verbreitet. Vor allen Dingen außerhalb der westlichen Welt wird oft heute noch mit dem Abakus gerechnet. Und der Vorteil vom Abakus ist, naja, es ist Low-Tech, funktioniert immer und überall, braucht keinen Strom. Und wenn man damit geübt ist, dann kann man da sehr schnell mit rechnen. Was sehen wir da? Wir sehen hier, ja, viele so Perlen auf Stäben. Und wir sehen die unterteilt in einen unteren Bereich und einen oberen Bereich. Und jetzt haben wir ein Stellenwertsystem. Das heißt, wir können mal gucken, ganz rechts sind im unteren Bereich vier Perlen nach oben geschoben. Das steht für eine 4. Da links neben ist eine 3. Daneben ist eine 0. Und links daneben ist eine 9. Warum eine 9? Eine Kugel von oben, 5. Und vier Kugeln von unten, 5 plus 4, 9. Also steht da 9.034 auf diesem Abakus gerade. So, und dann kann man sich mal überlegen, wie man mit so einem Abakus rechnet. Man muss also immer Steine dazu tun. Wenn man irgendwann mal unten 5 Steine hat, dann sagt man, die nehme ich wieder zurück und tue stattdessen von oben einen runter. Wenn ich oben 2 habe, das sind dann ja 10, dann tue ich die 2 wieder nach oben und tue auf der nächsten Stelle von unten einen hoch. Und so weiter und so fort. Aber man kann sich vorstellen, addieren, subtrahieren, sogar multiplizieren, Wurzel ziehen. So was geht mit diesem Abakus. Welche Nachteile hat der Abakus? Also, wenn ich was ausgerechnet habe mit dem Abakus. Also, angenommen, ich ginge in den Laden und im Laden würde mir jemand mit so einem Abakus ausrechnen, was ich bezahlen muss. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal so sagen, ja, willst du vielleicht irgendwie Steuern hinterziehen? Man braucht ja einen Bon. Aber lassen wir das mit den Steuern mal beiseite. Es hat jemand ausgerechnet mit dem Abakus. Ich muss irgendwie was bezahlen. Wie soll ich nachvollziehen, dass das stimmt? Denn der Abakus zeigt mir ja nur das Endergebnis. Ich sehe keine Zwischenschritte. Und auch derjenige, der rechnet, kann sich eigentlich nicht mehr sicher sein, ob er sich nicht irgendwo zwischendurch mal vertan hat beim Rechnen mit diesem Abakus. Das ist doch ein Problem. Abakus zeigt immer nur ein Ergebnis. Es ist überhaupt nicht persistent. Wenn ich den Abakus schüttle, ist das Ergebnis weg. Es ist überhaupt nicht persistent. Dafür sehr flexibel. Dafür hat sich eine Lösung ergeben. Und die Lösung kam durch die arabische, aus der arabischen Welt, nämlich das Rechnen mit Ziffern im indischen Stellenwertsystem. Sprich, was wir hier sehen, also was wir heute so schriftliches Rechnen nennen, das ist die Erfindung, die über die Araber zu uns gekommen ist. Und wenn ich jetzt so rechne, auf diese Art und Weise, schriftlich, nicht mit dem Abakus, sondern ich mache schriftliches Rechnen, dann habe ich ganz, ganz, ganz klare Vorteile gegenüber dem Abakus. Nämlich, ich kann das hinterher nochmal nachvollziehen. Ich sehe doch die Rechnung da. Und wenn in dieser Rechnung jetzt ein Fehler drin wäre, dann hätte ich eine Möglichkeit, das auch nochmal nachzuvollziehen. Denn ich sehe auf der Darstellung hier nicht nur das Ergebnis, sondern ich sehe auch den Rechenprozess. Der Prozess selber ist eingeschrieben worden. Also der Prozess des Rechnens ist zu einem Teil des Artefaktes geworden. Das ist ein sehr großer Vorteil, den ich habe. Und dadurch hat sich natürlich sehr viel weiteres entwickelt. Ich kann anfangen, arbeitsteilig zu rechnen. Ich kann sagen, einen Teil der Rechnung macht ihr, einen Teil der Rechnung macht ihr, dann gebt ihr das nach hinten und der da hinten rechnet immer die Zahlen zusammen zum Beispiel. Bei komplexen Berechnungen kann man sowas machen. Und das wurde auch gemacht. Und dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe, kann ich bestimmte Systematiken erkennen. Das hatten wir schon im ersten Video in dieser Reihe gehabt. Da wurden doch die Zahlen so umsortiert. Wenn ich die Zahlen nicht so sehen würde und könnte das nicht so darstellen mit der Umsortierung, dann hätte ich überhaupt gar keine Möglichkeit, so Systematiken vernünftig zu entdecken. Das heißt, Schematisierbarkeit setzt eigentlich voraus, dass ich einen Prozess des Rechnens aufzeichnen kann und dann Vergleiche machen kann. Dadurch entwickelt sich die Mathematik. Das heißt, die zeitliche Sequenz des Rechnens hat sich in eine räumliche Darstellung übertragen. Die wiederum kann ich mehrfach nebeneinander legen und dann kann ich Mathematik entwickeln. Das heißt, das ist die große Voraussetzung. Persistenz ist hier das Stichwort. Ja, es gibt natürlich nicht nur Zahlzeichen, es gibt ja auch Schrift und also Buchstabenschriften oder auch andere Schriften. Es gibt ja auch Schriften, wo ein Zeichen für eine ganze Silbe steht oder wo Zeichen für ganze Worte stehen. Das ist an dieser Stelle nicht so sehr von Belang, welche Art von Schriftsystem das ist. Das Vorhandensein eines Schriftsystems jedenfalls sorgt dafür, dass dieser Prozess, von dem ich vorhin mal gesprochen habe, der Bürokratisierung oder dass es immer mehr Leute gibt, die sich nicht mehr mit dem Schaffen von Nahrungsgrundlagen beschäftigen oder Kleidung produzieren, sondern die sich hinsetzen und die Verwaltung machen. Bürokratie im ganz neutralen Sinne. Das wird natürlich durch Schriftkultur immer stärker. Es gibt Leute, es gibt ganze Bereiche, die eigentlich sich nur mit Schrift beschäftigen. Also Finanzamt und Architekturbüro ist hier mal so genannt. Die machen ja, man könnte böse sagen, die machen ja nichts. Genauso wie große Teile der Uni nichts machen, außer in Schrift und in Zahlen. Das heißt, das verselbstständigt sich. Auf dieser ganzen Schrift Kultur selber bauen dann wiederum Berufszweige auf. Von, wie gesagt, Bürokratie, Finanzamt und sowas bis hin zu Autoren, bis zu Verlegern und sowas alles. Das baut dann darauf wieder auf. Da seht ihr also wieder, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, Artefakte sind eine Grundlage der kulturellen und geistigen Entwicklung und die Schrift als eines dieser Techniken, eine der Techniken, um mit Artefakten umzugehen beziehungsweise um Artefakte zu erzeugen, in die etwas hineingeschrieben ist, hat das natürlich ganz extrem. Alle Aufzeichnungstechniken, über die ich hier gesprochen habe, alle Einschreibtechnologien, über die ich hier jetzt bisher gesprochen habe, sind analoge Einschreibtechnologien und man kann das sich hier gut rechtsklar machen an diesem Phonografen. So ein Edison-Phonograph, der funktioniert im Prinzip wie eine Schallplatte. Eine Schallplatte, wisst ihr ja, da sind so Rillen drin und in den Rillen sind Erhöhungen und Vertiefungen drin und die Erhöhungen und Vertiefungen, da kann ich nur eine Nadel durchlaufen lassen und wenn ich dann so einen Trichter da dran mache, dann kann man das hören, was da für ein Schall aufgezeichnet wurde. Und so ein Edison-Phonograph funktioniert genauso, allerdings auch in der umgekehrten Richtung. Das heißt, wenn ich in diesen Trichter hineinschreie, man muss schon relativ laut schreien, dann wird eine Nadel in eine Wachswalze gedrückt und der Schall wird entsprechend aufgezeichnet. Hinterher kann ich das wieder rausgeben. Das heißt, was man da sieht, dieser Edison-Phonograph ist im Prinzip ein frühes Diktiergerät. Ja, das ist eine analoge Aufzeichnungstechnologie, genauso wie auch das Schreiben von Zahlen hier auf so einem Blatt Papier eine Aufzeichnungstechnologie ist, eine analoge Aufzeichnungstechnologie. Diese analoge Aufzeichnungstechnologie hat einen gewissen Nachteil oder nehmen wir erstmal einen Vorteil. Sie ist sehr persistent. Das heißt, was ich einmal aufgezeichnet habe, das bleibt unter den meisten Bedingungen erstmal erhalten. Also wenn ich die Wachswalze natürlich zu heiß mache, dann geht es kaputt und wenn ich das Papier verbrenne auch, aber erstmal so bleibt das relativ lange erhalten. Also Persistenz ist ein großer Vorteil. Der große Nachteil ist, die Bearbeitbarkeit ist nicht gegeben. Das heißt, wenn ich auf dieser Schallplatte was habe oder auf dieser Wachswalze da was habe, ich kann das nicht bearbeiten. Ich kann nicht schneiden. Ich kann nicht sagen, ich möchte gerne irgendwo an dem Teil der Wachswalze, was ich als zweites gesagt habe, jetzt als erstes haben. Genauso wenig geht das hier auf dem Papier. Ich kann doch auch nicht sagen, ich möchte jetzt diesen Text hier hier oben haben. Was muss ich machen? Ich müsste wirklich schneiden, wie ich gerade schon mal sagte. Ich müsste mir den Medienträger zerschnippeln und dann könnte ich sagen, ich mache das nach oben und dann klebe ich das irgendwie wieder fest. Aber im Medium selbst, im Aufzeichnungsmedium hier geht das nicht. Und das ist eine ganz typische Eigenschaft analoger Medienträger, das man im analogen Einschreibmedium nicht bearbeiten kann. Ich kann was dran schreiben, aber ich kann nichts bearbeiten. Das Einzige, was ich bearbeiten kann, ist den Träger selber. Ich kann also den Träger zerschneiden, ich kann den Träger chemisch verändern, aber nicht das eigentlich Eingeschriebene. Schneiden ist ja ein gutes Stichwort. Beim Film sagt man ja, ich schneide den Film und da macht man es ja genau tatsächlich. Man zerschneidet ja den Träger und fügt ihn in anderer Reihenfolge wieder zusammen. Die Bilder an sich, die auf dem Film drauf sind, die kann ich nicht bearbeiten. Da habe ich keine Möglichkeit damit. Zumindest nicht im klassischen Film. Da habe ich keine Möglichkeit, das zu tun. Es entstehen dadurch so mediale Einbahnstraßen. Das heißt, ich kann eigentlich nur immer etwas hinzufügen, nur immer etwas einschreiben oder ich muss mir irgendwelche Tricks einfallen lassen. Tja, ist das im Digitalen besser? Da kommen wir nächste Woche dazu, und zwar ziemlich umfangreich dazu. Potenziell ja. Also, ihr kennt es alle. Ihr schreibt einen Text in der Textverarbeitung und dann denkt ihr euch, oh, ich möchte aber gerne was korrigieren oder ich möchte hier ein Adjektiv einfügen oder sowas. Naja, dann tut den Cursor an eine Stelle und schreibt das dahin. Hier geht das nicht. Im analogen Einschreibmedium könnt ihr das nicht machen. Ihr könnt nur was dazwischen krickeln oder was durchstreichen, aber ihr könnt nichts dort an dieser Stelle einfügen. Das ist ein interessantes digitales Potenzial und ist durch die Digitalisierung auch erst möglich geworden. Aber dadurch, dass ich etwas in Einsen und Nullen abspeichere, also digital abspeichere, das reicht alleine nicht. Also, das beste Beispiel dafür ist eine CD. Auf einer CD habe ich auch die Musik drauf, wie sie ist, in der Reihenfolge, wie sie ist und auf die Art und Weise, wie sie dort ist. Ich kann die CD nicht bearbeiten, genauso wenig, wie ich eine Schallplatte bearbeiten konnte. Das geht nicht. Das heißt, die Digitalisierung an sich macht es nicht, sondern die digitale Eigenschaft muss auch explizit technisch umgesetzt werden. Hier übrigens ein schönes Beispiel für eine analoge Medientechnik, bei der es sehr auf die Flexibilität ankommt. Das habe ich fotografiert mal vor ein paar Jahren schon in der Raumverwaltung der Universität Paderborn und als ich da reinkam, fand ich die ganzen Wände mit solchen Tafeln voll. Das ist natürlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt und was seht ihr hier? Ihr seht da die Räume oben in den Spalten. Da steht zum Beispiel P7203 und sowas. Das sind also Räume und dann seht ihr links jeweils die Tage und die Stunden in den Tagen. Das heißt, so kann ich eine ganze Woche mit allen Räumen haben und kann eine Blockung machen. Und dann haben die sich so kleine Zettelchen gemacht und auf dem kleinen Zettelchen steht jeweils drauf, welche Veranstaltung da ist und die sind mit einem Magneten dort festgemacht. Die gelben Zettelchen hier stehen für dauerhafte Veranstaltungen und so rote Zettel sind so Einmalveranstaltungen, die nur in der nächsten Woche oder so einmal dorthin gebucht wurden. So hat die Raumverwaltung die Räume über Jahre lang verwaltet. Heute macht sie das zusätzlich auch im Computer, also jede Buchung, die hier steht, steht auch im Computer eingetragen. Trotzdem gibt es immer noch diese Tafeln und diese kleinen Zettelchen. Warum? Weil es einfach so eine schöne übersichtliche Art und Weise ist. Man kommt in den Raum rein oder jemand ruft an und sagt, ich brauche um so und so viel einen Raum, dann kann man das sofort sehen, wo vielleicht noch was frei sein kann. Im Computer ist diese schöne Übersicht leider nicht gegeben und deswegen verwenden die auch immer noch diese Technik. Interessant ist sie für uns jetzt insofern, als dass sie natürlich die komplette Bearbeitbarkeit ermöglicht, nämlich dadurch, dass die kleine Medienträger haben, sie haben die zusammengeschnippelt und auseinander geschnippelt und haben die dann mit Magneten an der Wand festgemacht. Tolle Technik, finde ich. Also ich finde das sehr hübsch. Nachteil ist natürlich, die Persistenz einer Einschreibung ist nicht mehr so richtig gegeben. Wenn ich da den Berserker gemacht hätte an dem Tag und wäre einfach mal so mit dem Rücken an der Wand entlang gelaufen, dann hätte ich die alle schön da runter geschoben und dann hätten die tagelang Arbeit gehabt. Wahrscheinlich hätte ich die gehabt, weil ich da wahrscheinlich hätte nachsitzen dürfen und hätte das alles wieder einbringen dürfen. Also wir haben auch hier wieder diese Abwägung. Entweder es ist persistent und eingeschrieben oder es ist sehr flexibel, dann aber nicht richtig eingeschrieben, sondern irgendwie, naja, so wie halt hier gemacht, so eine Anordnung. Und man könnte jetzt natürlich versuchen, das eine ins andere zu überführen. Das habe ich ja gemacht. Das Foto, was ich hier habe, das ist persistent. Das ist immer wieder nicht mehr bearbeitbar. Immer nur das eine oder das andere in analogen Einschreibmedien. Abschließend komme ich nochmal auf die Frage zurück vom Anfang, die Warnung vielleicht auch, die ich am Anfang gegeben habe. Was hat das Ganze denn jetzt eigentlich mit dem Computer zu tun? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Rolle Artefakte in der Welt haben und wie man eigentlich zu Erkenntnissen kommt in Relationen mit der Umwelt? Aber was hat das mit dem Computer zu tun? Und ich zeige euch diese Folie jetzt an dieser Stelle mal nur kurz, denn im nächsten Teil, da greife ich das nochmal wieder auf, indem es dann explizit um digitale Artefakte gehen soll. Aber wir können es jetzt auch schon mal kurz überlegen. Tja, Mittel zur Differenzerfahrung. Ein Computer kann natürlich auch ein Mittel zur Differenzerfahrung sein und ist es ja auch sehr oft. Das heißt, der Computer kann selbst ein Instrument sein. Das ist dann so, wenn man sagt, ja, ich habe irgendwie etwas da draußen, das kann ich in Daten überführen und in diesen Daten kann ich dann Auswertungen machen und die Auswertung dieser Daten kann ich zum Beispiel wieder visualisieren und dann habe ich den Computer selbst als Instrument zur Differenzerfahrung verwendet über etwas da draußen. Also eine ganz klassische Sicht, so wurden Computer auch schon frühzeitig genutzt, nämlich einfach zur Berechnung. Also durch die Berechnung findet man ja etwas heraus und na gut, dann kommen hinterher neuere Techniken dazu wie Visualisierung und vor allen Dingen durch Interaktivität kriegt man so eine schnelle Kopplung hin. Das heißt, ich kann eigentlich einen Computer auch so benutzen, dass er ganz schnell Daten aufnimmt, die ganz schnell auswertet und mir wieder zurückspielt. Aber dann benutze ich einen Computer als Instrument. Natürlich ist ein Computer auch Teil der Umwelt des Menschen, er steht ja da. Das heißt, ein Computer ist ja sowieso ein Artefakt. Also wenn ihr euch da unten diesen Computer anguckt, der da steht, ja, das ist doch eindeutig ein Artefakt. Und gut, in diesem Artefakt, also dieses Artefakt selber, das kann ich irgendwie manipulieren. Ich kann ja Eingaben machen und ich kann Ausgaben sehen. Das heißt, ich kann den Computer manipulieren. Und damit ich das kann, beziehungsweise damit ich als Mensch überhaupt bemerke, dass ich da bestimmte Dinge tue, dass ich da tatsächlich etwas bewirke, muss es Differenzerfahrung geben. Und diese Differenzerfahrung, ja, die wird ja programmiert. Das ist das, das ist die Nutzungsschnittstelle. Die programmierte Nutzungsschnittstelle muss mir die Differenzerfahrung geben, die ich brauche, um einschätzen zu können, was da im Computer eigentlich passiert. Das hat jetzt so ein bisschen den Anstrengen noch, dass ich so was habe, ich habe eine Nutzungsschnittstelle für das, was im Computer passiert. Das Beispiel, was wir hier sehen, dieser Dateimanager, da kann man das ja auch so ein bisschen so sehen. Die Dateien, die liegen auf der Festplatte vor und sehen tue ich aber solche Objekte und diese Objekte repräsentieren das, was ich intern habe, was ich eigentlich nicht sehen kann. Okay, man kann es aber auch andersherum sehen. Man kann ja nicht nur sagen, aha, ich habe hier diese Nutzungsschnittstelle mit Objekten, die irgendwie im Computer vorliegen, sondern ich kann ja auch sagen, die ganze Architektur, das Ganze, was im Computer da ist, ist eigentlich überhaupt nur dafür da, damit ich diese Objekte sehe. Am stärksten finde ich immer, kann man sich das und sowas klar machen wie, eine Textverarbeitung oder auch ein Grafikprogramm. Es ist ja nicht so, dass ich in einem Grafikprogramm einen Kreis auf dem Bildschirm habe und diesen Kreis zum Beispiel von links nach rechts verschiebe, um die Hardware des Computers damit zu steuern. Das ist eine sehr künstliche Sichtweise. Eigentlich ist es ja so, dass die ganze Hardware und die ganze Software, eigentlich das ganze Betriebssystem, wenn man das so sehen möchte, überhaupt nur dafür da ist, damit ich den Kreis habe, den ich verschieben möchte. Auch in der Textverarbeitung, der Zweck ist ja die Verarbeitung des Textes. Ich steuere ja nicht mit dem Text den Computer, sondern die ganze Architektur, so werden wir das gleich nennen, ist eigentlich nur da, damit ich diesen Text habe, damit ich diese Objekte habe. Also, da haben wir jetzt so eine digitale Welt, eine digitale Objektwelt, eine Welt digitaler Artefakte. Und im nächsten Video geht es genau darum, nämlich digitale Artefakte und welche Betrachtungsebenen auf digitale Artefakte es eigentlich gibt. Und das Ganze münzen wir dann natürlich wieder zurück auf Nutzungsschnittstellen. Dann ist das der letzte Teil dieses G1, dieses großen Themas Differenzerfahrung und Artefakte, nämlich genau digitale Artefakte im nächsten Video.